Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 97 Basketball Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Episode ist wieder für fortgeschrittene Deutschlerner. Wenn die Episode zu schnell für dich ist oder die Vokabeln zu anspruchsvoll für dich sind, dann schau dir gerne die Slow German Podcast Episode zum Thema Homeoffice an. Das Transkript zu der fortgeschrittenen Episode sowie alle anderen Transkripte findest du auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du wie immer in der Videobeschreibung. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Episode. Basketball ist ein faszinierender Sport, der weltweit Millionen von Menschen begeistert. Seine Wurzeln reichen zurück bis ins späte 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten. Es war der kanadische Sportlehrer Dr. James Naismith, der im Jahr 1891 die Grundlagen dieses Spiels entwickelte. Er wurde beauftragt, eine neue Sportart zu erfinden, die drinnen gespielt werden konnte und weniger physischen Kontakt erforderte als damals übliche Sportarten. In den Anfangsjahren des Basketballs gab es nur wenige Regeln und das Spiel war eher chaotisch. Doch mit der Zeit wurden klare Regeln und Strukturen eingeführt, die das Spiel fairer und dynamischer machten. Der Sport verbreitete sich rasch über die USA hinaus und erreichte auch andere Länder. Basketball kam vor vielen Jahren nach Deutschland aus den USA. Zuerst haben die Leute es einfach nur zum Spaß gespielt. Aber dann wurde es zu einem richtigen Sport mit Regeln und Mannschaften. In den 1920er Jahren wurden die ersten Basketballclubs und Teams in Deutschland gegründet. Besonders Jugendliche und Studenten waren daran interessiert. In den 1950er und 1960er Jahren wurde Basketball in Deutschland immer beliebter. Es gab mehr Spiele und Wettbewerbe. Die Basketball-Bundesliga, BBL, begann 1996 und das machte den Sport noch populärer. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielte bei internationalen Turnieren mit. Sie hat sogar die Europameisterschaft 1993 gewonnen und den dritten Platz bei den Olympischen Spielen 2002 erreicht. Das hat dazu beigetragen, dass Basketball in Deutschland noch bekannter wurde. In Deutschland gibt es viele Programme, um junge Leute für Basketball zu begeistern und ihnen beim Lernen des Sports zu helfen. Diese Programme sind wichtig, um talentierte Spieler zu finden und zu fördern. In vielen Städten und Gemeinden gibt es Basketballvereine, die spezielle Trainings für Kinder und Jugendliche anbieten. Hier lernen sie die Grundlagen des Spiels, wie dribbeln, passen und werfen. Die Trainer helfen den jungen Spielern, sich zu verbessern und Spaß am Basketball zu haben. Neben den Vereinen gibt es auch Schulen, die Basketball in ihren Sportunterricht integrieren. Das ermöglicht es vielen Kindern, den Sport kennenzulernen und auszuprobieren. Manche Schulen haben sogar eigene Basketballteams, die gegen andere Schulen antreten. Für besonders talentierte Spieler gibt es auch spezielle Förderprogramme. Diese Programme bieten professionelles Training und die Möglichkeit, bei Turnieren und Wettkämpfen anzutreten. Hier können die Spieler ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und sich mit anderen talentierten Spielern messen. In den Hallen, wo die Spiele stattfinden, herrscht oft eine aufregende Atmosphäre. Die Fans singen und klatschen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Viele tragen die Farben ihrer Mannschaft und halten Plakate hoch, um ihre Unterstützung zu zeigen. Ein wichtiger Teil der Basketball-Fankultur sind die Ultras. Das sind besonders leidenschaftliche Fans, die oft die Stimmung in der Halle anheizen. Sie organisieren Choreografien und Gesänge, um ihre Mannschaft zu motivieren und den Gegner zu beeindrucken. Neben den Spielen gibt es auch Fanclubs, die sich regelmäßig treffen, um über Basketball zu reden und zusammen Spaß zu haben. Sie organisieren auch Ausflüge zu Spielen und Turnieren, um ihre Mannschaft zu unterstützen, egal wo sie spielen. Deutschland hat einige talentierte Basketballspieler hervorgebracht, die auf nationaler und internationaler Ebene bekannt sind. Dirk Nowitzki ist zweifellos der bekannteste deutsche Basketballspieler aller Zeiten. Er spielte die meiste Zeit seiner Karriere für die Dallas Mavericks in der NBA und wurde dort zu einer Legende. Nowitzki ist bekannt für seinen außergewöhnlichen Wurf und seine Fähigkeit, Spiele zu dominieren. Er wurde zum NBA-Meister ernannt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den MVP-Titel Most Valuable Player. Dennis Schröder ist einer der besten deutschen Basketballspieler der aktuellen Generation. Er hat in der NBA für viele Teams gespielt. Schröder ist bekannt für seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, seine Mannschaft zu führen. Er hat sich einen Namen als einer der Top-Spielmacher in der NBA gemacht. Deutschland hat letztes Jahr die Weltmeisterschaft der Herren gewonnen. Im Finale gewannen sie 83 zu 77 gegen die serbische Mannschaft. Dies ist der größte Erfolg für den deutschen Basketball und wurde in Deutschland groß gefeiert. Wahrscheinlich werden in Zukunft noch mehr Kinder Basketball spielen wollen und der Sport noch populärer werden. Neue Vokabeln Neue Vokabeln Neue Vokabeln Falls dir der Kanal gefällt und du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann abonniere den Kanal. Ich würde mich sehr über deine Unterstützung freuen. Vielen Dank auch an alle Patreon und YouTube-Mitglieder meines Kanals. So, und jetzt die Vokabel. Zurückreichen Zurückreichen Reach back Beauftragt werden Be commissioned Erfordern Require Rasch Quickly Zu etwas beitragen To contribute to something Sich mit anderen messen To compete with others Antreten To compete Hervorbringen To bring forth Auszeichnungen Honors Spielmacher Playmaker Playmaker Wenn das Tempo für dich zu schnell ist, dann höre die Episode meines Slow German Podcasts. Vielleicht magst du diese Episode aber auch zum Shadowing nutzen. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du hast etwas Neues gelernt. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann kannst du das auf Patreon tun. Dort findest du auch alle Transkripte zu allen Podcast-Episoden. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Halt, bevor du gehst, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren.